Ah, der Abstand reicht aber nicht Oh doch, der reicht Verdammt, das reicht doch sogar Ich dachte vielleicht nicht Na wohl, was soll ich mal Ah, ne, jetzt schafft es ja nicht So wie haben wir drei Soldaten da Na ja, gut, dann ist es so So, die drei, da warte ich noch Bis die alle ankommen Die können hier mal suchen nochmal Wie sieht es mit dem Wohnhaus aus? Müsste fertig sein, oder? Jawoll Beim Bäcker fehlt noch ein Stein Mit dem fehlt noch alles Uh, da liegt eine Spitzhacke, da liegen Sensen, da Angeln Okay Die Mine fördert nichts mehr, nochmal schauen Ob da nicht doch noch ein Körbchen rauskommt Okay Machen wir die weg Und die auch Dann fördern die halt nichts mehr Da ist Gold und hier Edelsteine, geil Aber kann ich gar nicht hinbauen He 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 Eh eh, vergeudel deine Zauber mal schön Na komm schon Wir auch noch unbedingt die Waffen hier Wie braucht sie unbedingt die Waffen hier Dauert sonst zu lange mit der Waffenherstellung Ich meine rekursieren Das dauert alles viel zu lange So meine Ladies Ich schaff das nicht, das segle jetzt schon Schade Aber nach guten Versuch was wert So was kann die Hexe Nichts weiter Ich sag jetzt einfach Hexe Ist mir egal Push Ja Wie viel Träger haben wir? 324 leidet es doch Das ist doch annehmbar So Brot haben wir auf jeden Fall genug Wie sieht es mit Fleisch aus? Ach da ist er So Kriegen wir das doch noch hin? Das wird eng Äh kriegen wir nicht mehr hin Verdammt Ah das war viel zu knapp Schade So ein Mist Na gut Dann müssen wir mal gucken Wie wir das anstellen hier So du kannst ja nochmal suchen Vielleicht findest du ja noch ein bisschen was Hier unten Hier unten die Lager sind schon fertig Hier unten die Lager sind schon fertig Komm Machen wir hier mal bei Edelsteine noch Brot hin Dann kriegen die wenigstens auch noch alles Und dann bauen wir noch 2-3 Laboratorien Schwefel haben wir ja genug da Ernsthaft wir wollen den drum hier Genau Hautmacht Besser für euch Gesünder Ich habe gerade gesehen Ich habe gerade gesehen dass da so ein kleiner dünner Faden lang läuft So Was wird das hier? Ich habe keine Eisenschmelze noch Okay Ist nicht noch irgendwo eine gebaut Da Wollte schon sagen Aber die sind dann nebeneinander Okay Usch Und weg Ah Okay Die hauen wieder ab Sehr gut Mach ich erstmal in Ruhe Eigentlich Eigentlich Warum bin ich nicht gleich auf die Idee gekommen Wozu kann ich denn Spione ran holen? Die haben da eh keine Soldaten mehr Die sind ja alle futsch Jetzt kann ich da so schön da reingehen und klauen Klauen wir doch einfach mal die Waffen würde ich sagen So Am besten noch eine Goldschmelze Und noch eine Dann hast du das Und dann noch das Gold klauen das wäre auch noch super Ja Haben wir jetzt genug Träger gehabt Da konnten wir uns mal ein paar Spione gönnen Mal gucken Ein paar Waffen gibt es ja Eine Spitzhack und eine Angel haben sie auch da alles klar So Na dann klaut mal Was das Zeug hält Sind genug Waffen da Gold könnt ihr auch mitnehmen Ist alles kein Problem Alles was greifbar ist nehmt bitte mit Wunderbar 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 Alle haben was? Servus Auf geht's Aber wir haben auch schon wieder schönen Soldaten gesammelt hier oben Sieht gut aus Und durch die Spione kriegen wir jetzt noch mehr Soldaten Hehehe Dann warten wir noch ein bisschen auf die Kampfkraft und dann passt das So Alles entklären bitte Wunderbar Das sieht gut aus Gold Schwerter Speere Bögen Läuft Äh da bringen sie noch ein paar von der Waffenschmiede jetzt dahin Ah Sollen sie machen Vom Lager Alles klar Und die Waffenschmiede macht erstmal weiter Habe ich kein Problem mit sollen sie machen Umso besser für mich Können sie noch ein paar Waffen produzieren für mich Können sie noch ein paar Waffen produzieren für mich Umso mehr Umso mehr So haben wir alle Sehr sehr schön Jetzt geht's hier richtig los Was Hast hier noch irgendwo eine Waffenschmiede hin Dort 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 Hauen wir noch ein paar Hammer Hauen wir noch ein paar Hammer Und die nächsten kommen Die nächsten Träger So Und Wir holen Ach ja komm wir holen uns erstmal das Gold So viel Zeit muss sein Die müssen wir auch erstmal nachholen Die mit den Waffen Ist ja auch viel Ist ja auch viel Ne So dann schnappt euch mal das Gold Muss mal gucken wie viel Kampfkraft ich dann habe Es dürfte ja nicht gerade wenig sein Wollte grad sagen Sind die geradezu Soldaten Das wäre ein bisschen doof gewesen So na dann Holt euch mal hier den Rest Achso ich wollte ja Kampfkraft gucken 91 Also wenn ich damit nichts platt kriege dann weiß ich auch nicht Aber das sollte auf jeden Fall kein Problem sein Das sollte kein Problem sein So komm mal her hier wieder Dann klauen wir jetzt mal schön Alles was so da ist Waffenschmieden können ja noch ein bisschen weiter basteln An Waffen An Waffen Habe ich kein Problem mit Machen sie es mir ein bisschen einfacher mit den Waffen sammeln Mit den Waffeln sammeln So 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 schön Alle immer da hin Kommen alle hier rüber Und dann hier runter So wunderbar So 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 Die Waffen gönnen ja dann sowieso uns Die können wir mal da hin dackeln Da sind ja auch noch einige So So Dann holt euch mal die Burg noch Und dann War es das ja schon fast So Kampfkraft 92 Das läuft ja So Wenn dann einfach schön die Waffen da unten лиш Ihr könnt auch mithelfen da. Womit der Kaserne ist sowieso nichts mehr. Die ist gleich leer. Also weg. Der Turm ist auch gleich weg. Sehr gut. Haben wir alles? Eine Dame muss noch. Okay. Alle haben was bekommen? Sehr gut. Dann holt euch mal alles. Wundervoll. Ach, ist das schön. Haben wir überhaupt so viele Träger? Eigentlich ja. 123. Das sollte auf jeden Fall reichen an Träger. Mach mal was ich kann. Naja, da ist ja nicht viel. Die können ja mal dahin watscheln. Und da sind fast schon die letzten Gebäude der Römer. Und dann haben wir ja nichts mehr. Also hier haben wir ja schon alles eingenommen soweit. Sehr gut. Da liegen noch ein Haufen Waffen. Auch schön. Kleine haben wir jetzt auf jeden Fall auch ein paar mehr. Ja.